Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Grillieren gehört ja zum Sommer wie ein Feuerwerk zum heutigen Abend. Saftiges Fleisch und delikate Würste kommen Sie bei Ihrem Coop-Metzgermeister über. Dazu gibt es einen knackigen Salat aus einem grossen Frischproduktenangebot von Coop. Mild und bekömmlich wird Salatsauce mit einem würzigen Kräuteressig. Die Herdmix-Würzmischungen von Knorr bringen den Rassen in den Salat, aus der Streudose oder im Nachfüllbeutel. Pizza Mario, der Mozzarella von Bär, verfeinert jeden Sommersalat. Für jede Salatsauce gibt es den richtigen Picanta-Essig. Zum Abwechseln kann man wählen zwischen Weisswein, Rotwein und Kräuteressig. Die Tretteursalate vom Hirz sind fixfertig an einer würzigen Delikatesse-Sauce angemacht. Ergänzen Sie Ihres Salatbuffet mit den feinen Tiger-Schmelzkässcheiben, Toast Extra und Sandwich. So, jetzt kommen wir noch zu den Aktionen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen 1. August. Zum Anfangen ein Coop-Fotoservice-Angebot. Wenn Sie jetzt Ihren Farbfilm zum Entwickeln und Kopieren bringen, kriegen Sie einen Kodak-Film vom gleichen Typ gratis. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Nachfüllbüttel Inka-Rom statt 9,95 für nur 7,95. Ein Glas Nescafé Classic statt 10,30 für nur 8,30. Rahm Glasse Goldstar Vanierdbeer 400 Gramm statt 2,90 nur 2,30. Aliviando Duhrwurst und Fleischware sind jetzt 10% günstiger. Französischer Halbhartkäse Babibell 220 Gramm statt 3,70 nur 3,10. Und Mini Babibell 125 Gramm im Netzli statt 2,80 nur 2,30. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Liter Coop-Apfelsaft statt 1,30 nur 1 Franken. Auf Wiedersehen!